Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 36.850 US-Dollar. Wenig Bewegung gestern, wenig Bewegung über das Wochenende. Man sieht es hier unten schon bereits am Volumen auf dem 1-Stunden-Timeframe. Das Volumen ist sehr zurückgegangen. Außerdem haben wir eine schöne Seitwärtsbewegung gebildet. Wie sieht es jetzt möglicherweise aus? Kriegen wir möglicherweise einen Dump oder setzen wir unsere Reisen nach oben hin vor? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und natürlich auch die neuesten Trades. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ja, gestern noch ein Video gemacht mit günstig Bitcoin kaufen. Schaut euch das auf jeden Fall gerne an. So, und damit starten wir in die Woche. Bitcoin, wie gesagt, bei 36.860 US-Dollar. Wir sehen diese Seitwärtsphase, die sich über das Wochenende gebildet hat. Wir hatten letzte Woche unser Top bei 38.000 US-Dollar. Ich sag mal so, unerreichbar ist es nicht. Wir starten mal ganz kurz, und das ist etwas ungewöhnlich, mit dem Wiki-Close, weil da haben wir ja drüber gesprochen, wie wichtig dieser letzte Woche oder diese Woche sein wird. Und wir sehen, wir hatten ein schönes, impulsives Breakout aus unserem Rising Wedge. Wir haben uns auch drüber halten können. Das ist schon mal der erste wichtige Step. Natürlich das gleiche Spiel dann auch auf Daily-Sicht, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken. Auch hier jetzt mehrere Candles drüber geschlossen. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Also der erste Step, den wir getan haben Richtung, ich sag jetzt mal, Kurse über 40.000 US-Dollar wurde mit dem Daily- und Weekly-Close auf jeden Fall getan. Ares Eye natürlich deutlich übergekauft mittlerweile. Darauf sollten wir aber erst einmal nicht zu achten. Im 4-Stunden-Timeframe, wie gesagt, über das Wochenende sehr, sehr wenig Bewegung. Wir sollten jetzt aufpassen, dass wir jetzt hier nicht so ein leichtes Rounding-Top jetzt hier erstmal reinbekommen. Wir haben genügend Support jetzt erst einmal unter uns, wenn wir uns einerseits diese Range angucken, die hier jetzt nicht brechen sollte zwischen 36.600 und ich sag jetzt mal 36.400 US-Dollar. Das sind so die nächsten Zonen, auf die es jetzt meiner Meinung nach erstmal ankommt. Sollten wir hier drunter brechen, haben wir einerseits auf Weekly- und Daily-Sicht natürlich das Rising Wedge verloren. Wir haben die nächste Demand-Zone, also Support-Zone für uns verloren. Und dann sehe ich ganz, ganz schnell Kurse, die sich einerseits hier natürlich diesen Wick holen könnten bei 35.600 US-Dollar und natürlich dann auch hier diese Retest-Linie von unserem Rising Wedge, also das heißt, der untere Support nähert sich dann auch schon hier jetzt bei 35.200 US-Dollar. Heißt, kurzfristig Dump auf jeden Fall möglich, beziehungsweise was heißt Dump, eine kurze Korrektur ist auf jeden Fall in den nächsten Stunden drin. Sollten wir jetzt hier diese Marke von 36.400 US-Dollar verlieren, dann auf jeden Fall 35.800 bis ungefähr 35.200 im Blick behalten könnten, nochmal schöne Long-Opportunities werden. Sollten wir uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen stabilisieren und halten können, ist das kein Problem. Und dann können wir auch weiterhin, wie gesagt, in Richtung 38.000 US-Dollar steigen. Wir blicken mal ganz kurz US-amerikanischer Markt, wie sieht es da aus. Die XY momentan, gut, die Märkte haben jetzt erst gestartet, alles noch solide, wir schauen uns mal die Futures an. Nasdaq, haben wir ja drüber gesprochen, sollte diese Woche eine Korrektur kommen. S&P 500 haben wir drüber gesprochen, im Wochenausblick sollte eine Korrektur kommen. Also da kommt jetzt langsam jetzt schon ein bisschen die Bewegung rein. Wir sehen, okay, warten wir mal lieber noch ein bisschen ab. Also wie gesagt, Long-Position erst einmal nicht geplant. Ich beobachte das jetzt erst einmal ganz genau, wie wir uns in den nächsten Stunden hier verhalten. Wir haben aber hier noch diesen langen Docht und der stört mich ehrlich gesagt noch ein bisschen. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir hier unten erst beim 35.700 US-Dollar Long gehen, halte ich derzeit etwas für wahrscheinlicher, was so im Laufe des Tages hier passieren könnte. Ansonsten ein Stunden Time-Frame, RSI deutlich abgekühlt. Das heißt, wir sind jetzt hier mittlerweile schon wieder bei 38.000, das heißt, wir haben hier deutlich, deutlich jetzt erst einmal wieder ein bisschen Aufwärtspotenzial, was uns natürlich wieder zu unserer Marke zwischen 38.000 und 40.000 US-Dollar führen könnte. Volumen ist absolut geisteskrank niedrig. Also das, was wir letzte Woche erlebt haben, jetzt nochmal zu vergleichen, wir haben fast kein Volumen derzeit im Markt. Also auch hier ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier immer leichter oder immer sanfter hier runterfallen, weil das ist dann wenig mit einem Damm zu tun. Und ihr wisst, wir haben letzte Woche darüber gesprochen aufgrund, ich zeige euch das nochmal ganz kurz auf dem Daily-Chart. Wir haben im Daily die letzten Tage auch sehr, sehr wenig Volumen gehabt. Heißt natürlich auch, die Kurse sind meistens durch Short-Positionen, die nach oben hin liquidiert wurden, gestiegen oder viele Spot-Käufe. Das heißt, nach unten hin, sobald wir hier gewisse Support-Zonen eben verlassen und die werden wir möglicherweise hier verlassen, kann das innerhalb von Sekunden gehen, genauso wie letzte Woche 38k und dann ging es innerhalb von, wie gesagt, jetzt mal Minuten Richtung 35.600 US-Dollar. Also da gilt es extrem aufzupassen. Jetzt irgendwie noch eine Short-Position reinzumachen sowieso nicht. Ich versuche nicht in einem Up-Trend zu shorten, solltet ihr auch nicht machen, weil mit eurer Liquidität wird im Endeffekt dann der Kurs wieder nach oben hin gepumpt. Also würde ich momentan nicht machen, die Chancen da einen perfekten Entry zu finden. Sehr, sehr extrem schwer. Und ansonsten, wir befinden uns in einem Up-Trend. Das ist das Wichtige auf Weekly, auf Daily Sicht. Und deswegen maximal sehe ich jetzt heute erstmal die 35.800 US-Dollar bis ungefähr 35.600. Das wären auch dann die nächsten Long-Trade-Entry-Einstiege. Und ansonsten hier oben die Marke 36.400 US-Dollar. Ziehen wir uns jetzt noch das Fit-Level von unserem, ich sage jetzt mal, letzten Tief bis zu unserem High von den letzten Tagen sehen wir auch, es kommt schon sehr, sehr viel Support in diesen Zonen rein. Einerseits unsere vier Stunden-Demand-Zone als Support. Dort befindet sich gleichzeitig auch das 0,5er hier bei 36.500 US-Dollar. Golden Pocket liegt bei 36.2. Da wäre ich aber vorsichtig. Hat einfach den Wig hier unten. Ist mir einfach ein bisschen zu riskant, weil diese Wigs werden meistens aufgefüllt. Da liegt eben sehr, sehr viel Liquidität. Das heißt, ich würde hier eher auf das 0,786er schielen. Mit eben dem Wig, mit dem 0,786er. Und gleichzeitig eben hier auch nochmal diese Support-Zone in grün. Ja, ansonsten war es das eigentlich für Bitcoin. Gehen wir mal rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Hier seht ihr schon ein bisschen mehr Bewegung. Hier muss ich auch ehrlicherweise sagen, huch, das wollte ich jetzt nicht, dass ich hier jetzt schon in Long-Position eingegangen bin. Ich habe ein bisschen einen mieteren Entry als ihr jetzt, wenn ihr da jetzt im Endeffekt nochmal reingehen wollt. Warum bin ich hier rein? Wir befinden uns übergeordnet hier in einer schönen Support-Zone. Natürlich, diese Support-Zone bietet hier 1,76% Risk für einen Long-Trade. Aber wie gesagt, das Risiko bin ich jetzt erstmal eingegangen. Ich rechne jetzt erst einmal nicht mit einem größeren Dump. Ich bin weiterhin Bullish. Wir befinden uns weiterhin in einem Aufwärtskanal. Genau das Gleiche haben wir eben hier auch bei Ethereum, dass wir uns in einer Aufwärtsbewegung befinden. Deswegen keine Short-Position. Ich gehe hier weiterhin eher von steigenden Kursen aus. Und wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen die ganzen Linien verbinden, sehen wir auch, okay, Symmetrical Triangle auf jeden Fall drin. Kurse bis 2130 bis 2140 sind hier auf jeden Fall im Bereich des Möglichen noch im Laufe des Tages bzw. in den nächsten Tagen. Deswegen bin ich hier jetzt erstmal Long mit Entry 2040. Zweiten Entry habe ich dann hier unten auf die 2000-Dollar-Marke gesetzt. Ihr merkt schon, psychologisch wichtige Marke. Und der Stop-Loss ist hier unter diesem Wix, die wir hier impulsiv mit diesen impulsiven Kerzen hier gebildet haben bei knapp 1.975 US-Dollar. Gerne mal eure Meinung dazu sagen, wie seht ihr diese kommende Woche oder diese Woche heute, Pump, Dump, Seitwärtsphase. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns später noch zu unserem kleinen Altcoin-Update-Video. Es geht, Solana war wieder ein großer Wunsch. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von mir. Like da lassen, Abo da lassen. Auf jeden Fall die Telegram-Gruppe abchecken, wenn ihr Bock habt. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann später wieder. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, Stay Crypto. Und natürlich, weil ihr am Montag ist, einen schönen, erfolgreichen Start in die neue Handelswoche. Bis dahin. Ciao, ciao.